Tradition, Moderne, Natürlichkeit, Zusammenhalt und Lebensraum für Alt und Jung. Wörth – eine Stadt, viele Herzen. Etwa 20.000 Menschen leben in Wörth und seinen Ortsbezirken. Kurze Wege zu modernen Arbeitsplätzen, eine gute Infrastruktur und die Nähe zu den umliegenden Einkaufszentren machen Wörth und seine Ortsbezirke attraktiv zum Leben. Das mehr als 100 Kilometer lange Radwegenetz durch Auwälder entlang des Rheins oder mitten durch den prachtvollen Bienenwald lassen Raum für eine ganz besondere Lebensqualität. Nicht nur die Landschaft lädt ein, in Wörth freie Zeit zu verbringen. Ob Konzerte, Theater oder gesellige Vereinsfeste, die Festhalle in Wörth ist ein Veranstaltungsplatz par excellence. Ein vielfältiges Freizeitangebot wie der Badepark in Wörth, zahlreiche gut und sicher ausgestattete Spielplätze oder der Vogelpark versprechen viel Spaß und Abwechslung. Kindergärten und Schulen gründen den Bildungsbereich vom Vorschulalter bis zum Abgang in den Beruf oder zum Gymnasium. Wenn es im Alter alleine nicht mehr so gut geht, stehen für Senioren verschiedene Einrichtungen wie das Pfarrer Johann Schiller Haus zur Verfügung. Ein breites Angebot der sporttreibenden Vereine verdeutlicht den hohen Stellenwert des Sports in der Gemeinde und den Ortsbezirken. Wörth am Rhein Eine pulsierende Stadt zum Leben, zum Altwerden und Jungbleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017